Die App heißt Featuren. Da kann man gießen, essen, Auto steuern, Leute an Öko hingehen. Und jetzt gehen wir surfen. Nicht mit seiner Sohnbrille. Es gibt Tiere, kannst du essen oder Hand nehmen oder reiten. Feature World ist wie eine bunte Spielwiese, die die Kreativität der Kinder anregt. Auch der multikulturelle Ansatz hat der Jury sehr gut gefallen. Die Kreativität der Kreativität der Kreativität. Die Kreativität der Kreativität der Kreativität.